Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute mal ein Mappenupdate von Force Attack. Und dann fangen wir auch gleich mal an. So, die erste Seite habe ich fast voll. Die zweite habe ich auch fast voll. Ja, die dritte fehlen auch noch. Nur noch wen hier. Also hier habe ich schon, ja, im Gegensatz zu der anderen Mappe von DuckDeads habe ich hier schon wesentlich mehr Karten zusammen. So, die Seiten sind komplett voll. Die Seite ist voll. Die Seite ist voll. Die ist voll. Die Seite ist voll. So, und jetzt fängt es wieder an hier. Jetzt werden die Lücken wieder größer. Die Star-Karten, da habe ich noch nicht so viele. Da fehlen noch ein hier. Dann die Force Meister. Da sind auch große Lücken drin. Hier hinten habe ich meine limitierten. Da habe ich bis jetzt nur drei Stück. Mal sehen, wo ich die anderen noch herbekomme. Muss ich mal schauen. Und hier, ja, hier habe ich, wie bei der anderen Karte auch, bei der anderen Mappe, habe ich meine Doppelten immer in so kleinen Päckchen reingemacht. Gut. Das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.